What does the fox say? Ding-ding-ding-ding Aber irgendwie Der hat bessere Lieder Also der Typ der das Lied gemacht hat Du hörst die wirklich? Die sind gut die sind echt gut Und richtig Okay, ich akzeptier das Aber WhatTheTheFox ich kann damit leben dass du die Wirklich hörst Ich let dann so bei den Kindern auf der Krebsstation Was wollt ihr eigentlich werden wenn ihr groß seid? doch so ein Hurensohn so eine alte Sackfatte, oder? also irgendwo hört dann der schwarze Moor auf ja, eigentlich finde ich das witzig ich kann nicht sagen, dass ich es nicht lustig finde es war, es war ein Wert, ja äh, ich habe gehört, du hast Tourette nur mit Tiernamen Giraffe, Affe wieso habe ich keine Waffen? aber kann sein, dass man schneller ist, wenn man irgendwie einen Wheelie macht keine Ahnung das sah gerade bei euch so aus ja, ich bin schon mal ganz hinten, ne, das ich glaube an der Stelle, wenn man einen Penis hat wo habt ihr Waffen? wieso habe ich jetzt Waffen? he 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 ahhhh sehr gut ferns einmal ich hab mich aufgetan ferns einmal hin ich hab mal hin das war so richtiger so richtiger Filmstyle Da werden die ganze Bösewichte, die einfach nicht hinschauen muss, hinfahren, dann fahren sie halt irgendwo in den Busch rein. Das ist euer Maul. Ha, du bist tot, du Lappen. Willst du jetzt langsam mal fahren, damit ich mich abk... Oh ja, komm. Assi. Toll. Toll. Ah, nein, 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 nein. Schaff ich trotzdem. Ey, cool, du kannst auf einer Insel fahren, auch nicht schlecht. Du kannst echt auf Land fahren, das ist cool. Komm schon, trau dich doch. Lern zielen, du Noob. Ich will ja zurückschießen, aber ich muss gerade nach vorne gucken. Boah, ich kann gerade gar nichts. Killt mal den Seeraslober. Ich glaube, der ist zu weit weg. Der hat schon gewonnen, eigentlich. Ach, fuck. Das Rennen schon beendet, auch nicht schlecht. Ich lasse dich nicht gewinnen, ich lasse dich nicht gewinnen. Versuch es. Habt ihr Scheiße. Oh, shit, oh, shit. Nein. Ach ja, komm. Das war schön. Ich hab' nicht auch genug gehittet. So ein Scheiß. Oh, Mann, oh, Mann. What does the fuck say? Ring, ding, 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 ding. Irgendwie haben wir die Raketen gefehlt, wenn ich ehrlich bin. Ja, irgendwie schon, ne? Sind wir trotzdem 20, äh, ja, 20.030, genau. Jetzt kann ich schon keine Zahlen mehr lesen. Ha, wunderbar. Haha. Kaum sind Ferien, schon kann ich gar nichts mehr. Ihr habt Ferien? Ja. Jetzt erst? Äh, ja. Unsere sind gerade vorbei. Wir sind, äh, ich glaub, das vorletzte Bundesland. Bayern kommt als letztes. Sobald ich weiß. Okay, was nehmen wir jetzt? Ding, 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 ding. Was ist denn da? Das sieht ganz gut aus. Von wegen, äh, es ist nicht schwierig, äh, sofort zu verlieren. I came in like a wrecking ball. Von mir ist das Lied. Miley Cyrus. Ach, das ist von Miley Cyrus. Ja. Das wäre ne Parodie. Nein. I came in like a wrecking ball. Ich hab' das nie angehört, also, ja. Das Lied an sich ist witzigerweise gar nicht mal so schlecht. Ist halt so ein typisches, äh, Dingslied, ne? So ein, so ein, ähm, ähm. Bitch, I got the money. Äh, Pop, Chart, Zeug. Ja, ja. Kann man mögen, muss man nicht. Nur, das, das Video versaut's halt. Ja, gut. Ich glaub, niemand steht auf solche Videos. Wo glatzköpfige Mädchen auf... Ja, keine glatzköpfige Mädchen auf... Ja, keine glatze, die hat nen Undercut. Ja, das ist, ja, das ist fast so schlimm. Ach, manche Andercuts sehen richtig gut aus. Naja. Das heißt, manche, viele. Nur bei ihr sieht's irgendwie scheiße aus. Was ich doch weiß, ist, dass sie auch im Video nackt ist, oder? Mh... Ja. Okay, ja. Auf, ja, dann ist sie halt auf dem, auf der Abrissbirne. Ja. Nackig, macht sie nen Nackedei. Die soll, guck mal, Mama, keine Hose... Ja, ganz genau. Ihr Vater tut mir ein bisschen leid. Bisschen. Fuck, hab ich jetzt GTA-Rennen eingestellt? Ich glaub nicht, Chance. Äh... Okay, auf ein fairen und sauberes Rennen. Ja, bitch, please. Miep, miep. Da drehen ich schon wieder vor der... Ahaha! Shit! Oh mein Gott! Sehr gut. Ich glaub, der Seehofen-Laber hat nen Abflug gemacht. Oh, yeah. Oh, hätt ich jetzt GTA-Rennen eingestellt, Alter. Zauber-Runde, so sieht's aus. Wo ist denn der Seehofen-Laber, Alter? Ich glaub, der hat keinen Bock mehr. Ganz hinten, glaub ich. Ich glaub, der hat schon verkackt, grade. Das ist halt nicht mal gar nicht so schlecht. Geht, ne? Also, Motorball-Grenzen sind echt cool. Ja, wenn du fährfährst und halt nicht so gegen Hurensohne fährst, die nichts... Oh, fuck. Ich hab nen Abflug gemacht. Oh, man. Aber was ich halt irgendwie scheiße finde, ist... Ich finde, man sollte immer Gummiband-KI einstellen. Bin ich mal... Also, bin ich voll ehrlich. Was ist Gummiband-KI? Ja, es gibt halt eigentlich nur bei Singleplayern Spielen. Angenommen, wenn ich jetzt weiter hinten liege, dass du quasi automatisch langsamer bist. So, das ist noch Chancen. Okay, das ist aber auch Gummiband. Dass das Feld beieinander bleibt, weißt du? Ja. Ist zwar an sich irgendwie, sag ich mal, unfair. Aber ich find's halt irgendwie spannender. So, wenn man jetzt guckt, ich hab quasi jetzt eigentlich... Also, was heißt ich, wir beide haben eigentlich keine Chance mehr. Äh, ja. Du brauchst jetzt nen Unfall und fällst voll auf die Fresse, aber... Ich hab gewonnen. Das mein ich. Ja. Und... Ich geb dir meine 6.000. Was? 2086, okay. Ach, jetzt ist es vom Rennen abhängig, wie viel man bekommt. Mein Dubstep. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... droppen dürfte du wieder würde 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 und compete Prozent sprungen wir in der Aus aus dem kult das mag türieren aus ist gut extrem komische sich kursischer wieder und das hat nicht aktiviert und nicht gut und eine gewahr input ein und gibt uns und betrunken in den Edwards I don't give a fuck Rebel Radio Rebel Radio 20.30 Uhr, okay 20.13 Uhr Was hab ich gesagt? 30 Meine ja Ja Okay, ich würde sagen, das rennen auch danach Ja Silencio Ich verstehe gar nicht, warum rechts steht der vorderliche Rang Und dann Liege ich halt runter, ja Ach, kein Plan, ist mir mir auch egal Das Spiel Hat irgendwie seine eigenen Regeln Okay, Moment, jetzt muss ich aber hier MP einstellen Ich muss pipi Ich muss grad Hardcore pipi Boah, ich hab da 8 Rennen gewonnen und 28 verloren Äh, einfach? Ja, aber weil ich die meisten Ragequits Sobald ich einfach verliere Oder sobald ich einfach hinten liege Ja Gut, dass ich hinten starte Ja, gut, wa? Moment, ist doch GTA Es ist doch GTA Rennen Ja, ja Ja, warum kann ich da keine Waffen benutzen? Wofür? Ach, jetzt? Frag ich Alles gebraucht Nein Shit Wieso tust du sowas? Fuck Wie kann ich mich irgendwie zurücksetzen lassen? Sehr long gedrückt halten Oh nice Oh shit Verschisse, Mann Es war eigentlich gar nicht so schlecht Aber dann irgendwie auch schon wieder Also Das war halt ein bisschen ärgerlich, ne? Ich würde mal fast sagen, wir haben verloren Ich glaube, das werde ich separat hochladen Es ist nur so eine Ahnung, aber ich glaube, wir haben verkackt Ne, der, der, der Loverbuss einfach mal ein bisschen, ein bisschen weniger ernst spielen und uns wieder vorlassen, also dann hat sich die Sache Du meinst so unernst wie wir, oder was? Ja Das war gerade eben überhaupt nicht geplant Oh mein Gott, der fährt rückwärts Die Hure So, ich bin auf dem Weg Oh shit Okay, fast What up, bitches Alter, warum hab ich da Pumgern? Hört auf, auf mich zu schießen Warum hab ich da Pumgern, ey Egal Bist du gerade ganz vorne Traktor, Traktor Oh nein Oh shit Oh mein Gott Oh mein Gott Traktor, schon wieder Nein, ich hab keine Waffen mehr, was soll das Besser ist es, ey Oh mein Gott Ist das geil, ey Nein, da war gerade eine Waffe, fuck, die ich aufheben kann Achso, beim GTA-Ran, äh, muss man die Waffen aufsammeln Ich dachte, man kann seine eigene benutzen Kann man, glaube ich, auch, oder? Warte, ich konnte vorne mit der Pumgern schießen, hab ich aber gar nicht Da hast du keine Muni mehr Oh crap Oh crap Noin Verdammt Ey, wie wär's denn einfach mal, einfach noch einmal abbremst? Nur einmal Fuck, okay, so wieder zu Hittet Nein, ich bin schon wieder Endlich bin ich auch mal Nein, nein Na, was hast du gemacht? Ich bin ins Wasser geflogen Okay, warte, ich warte jetzt einfach von der Ziellinie 6200, jo So So, okay Dann kenne ich ihn so, weil er kommt Ach, ihr seid doch gar nicht fertig, ja? Kann ich irgendwie spektaten? Ne, ne? So Ja, komm Jawoll Hast du es geschafft? Ja Sehr gut Mein Gott Er ist halt genau auf mich zugefahren Hat sich gelohnt Boah, der, der Jump am Anfang war genial Ich springe einfach vor dich, du fliegst da vom Motorrad und ich flieg halt gegen den Baum Ey, aber ich bin froh, dass es sich auch mitgerissen hat, Alter Ansonsten wäre ich, glaube ich, ein bisschen sauer geworden Okay, Leute, dann war's das mit dieser kleinen Aufnahme-Session Obwohl, klein war der jetzt nicht Ich glaube, so um die Eine Stunde und 20 Minuten oder sowas Kein Plan, ich hab nicht mit aufgenommen Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal Tschüss